So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich sehe schon wieder aus wie ein begossener Pudel. Pupsi ist auch am Start, guck mal da. Pupsi! So, ganz klein mal kurz Pupsi gezeigt. Das Ed Sheeran Event ist eigentlich immer noch im vollen Gange. Gleichzeitig hat sich jetzt aber ein fesselter Schabernack dazugesellt. Wir wollen heute mal die Forschung machen, wieder einzelne Kapitel. Das sind ja, glaube ich, nur drei Stück. Ihr seht hier momentan doppelte Fang-EP und zweimal Bonbons fürs Verschicken von Pokémon. Mhh, das schmeckt doch, oder? Hier das Ed Sheeran ist immer noch, ich habe immer noch keinen einzigen Schnappschuss gemacht, glaube ich. Aber wir müssen jetzt auch in der Forschung Schnappschüsse machen. Freut ihr euch auf Hoppa, ja? Also Hupa, was man jetzt dann entfesseln kann? Also wenn ihr ein gutes habt, ein 100er unbedingt, würde ich das auf jeden Fall entfesseln, dass das halt groß und schlachsig wird. Sieht nämlich besser aus als das kleine Dicke, ne? Was müssen wir jetzt machen im ersten Kapitel? Mach einen Schnappschuss von Hupa, fange 20 Pokémon und drehe drei Pokestops oder Arenen. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Pokémon fangen und werde mich dann zurückmelden beim letzten Pokémon, wenn wir die Kapitelbelohnungen abholen. Tschüss, Pupsi. So, wir müssen jetzt noch einen Pokémon fangen. Wir haben drei Stops gedreht, müssen einen Pokémon fangen, müssen einen Hupa-Schnappschuss machen. Das heißt, wir gehen natürlich in den Beil, wir suchen uns einen Hupa. Deswegen hieß es ja, es ist zwingend erforderlich, dass ihr vorher die andere Forschung im Prinzip abgeschlossen habt oder so weit seid, dass ihr einen Hoppa habt. Ja, dann geht ihr nämlich rein, macht einen Schnappschuss vom Hoppa. Das sieht dann ungefähr so aus. Guckt ihr das mal an. Da steht ihr. Das seid ihr. Das ist der Grieche. Jetzt machen wir einen Schnappschuss. Aha. Das sah ja komisch aus. Wir machen einfach gleich noch einen. Jetzt müsste da auch was auftauchen. Hey, ist das Hubby-Tuggets aus der Photobomb? Egal. Wir fangen Kanimani auf jeden Fall, weil Kanimani ist irgendwie viel cooler. Das ist dann auch das letzte Pokémon, was wir fangen können. Mit 607. Da freut sich der Ispo nämlich immer. Der findet den nämlich übelst genial. Das ist auch eines seiner Lieblings-Pokémon. Also nicht nur Schlurp, sondern auch Kanimani. Damit kann man ihm immer eine Freude machen. So eine schöne Kanimani-Suppe zum Frühstück. Guckt mal Ispo. Hä, was sucht das Kanimani in meinem Bierglas? Das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt 20 gefangen. Deshalb holen wir jetzt das erste Kapitel auch ab. Da ist auch ein Knusp, wie ich sehe. Da ist Rauch. Das sind goldene Beeren. Und die haben es ja richtig schlau gemacht. Selbst wenn ihr die Forschung kostenlos habt, könnt ihr die trotzdem ein zweites Mal für 5 Euro kaufen. Warum? Ihr kriegt ja kein zweites Hopper und nichts. Ihr könnt euch theoretisch für 5 Euro die Items nochmal kaufen. Und den Spaß lande 7 Curveball-Würfe hintereinander. Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon und schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab. Ja, das kann ein bisschen dauern. Die 7 Curve-Bälle hintereinander versuchen wir natürlich direkt ins Video zu packen. Ansonsten fange ich jetzt mal mit B an Pokémon und mache 10 Aufgaben und melde mich dann zurück, wenn wir beim letzten Pokémon 7 Curve-Bälle hintereinander machen wollen. So, Pupsi ist gerade abgehauen. Die läuft dahinter. Die muss noch einen Stop drehen oder irgendwas. Ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen. Wir sind nämlich hier an der Berufsschule. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht hier. Zu Vino sage ich Nino. Wo sind die Weintrinker unter euch? Ihr Banausen, ihr. Ja, ist ja ganz schön, ist ja ganz cool. Jetzt müssen wir aber was machen. Ich habe eben was nicht beachtet. Und zwar habe ich gesagt, ich melde mich zurück, wenn wir diese 7 Curveball-Würfe hintereinander machen müssen. Das Problem ist aber, Ich habe ja theoretisch jetzt einiges gefangen. Und dann sind die natürlich schon fertig. Habe jetzt noch 2 Feldforschungen hier übrig. Hier kann ich 3 abholen, das wäre auch. Ich möchte aber trotzdem jetzt diese 7 Curveball-Würfe hintereinander live mit euch machen. Es ist übrigens jetzt 12 Uhr. Am Freitag. Ich produziere das vor für Samstag. Das heißt, jetzt ist die Ratzrampenlichtstunde von 12 bis 13 Uhr. Deswegen sind jetzt überall Ratten gespawnt. Wir möchten aber das nicht mit Ratten machen. Ich möchte mal hier in meinen Beutel reingucken, was ich hier für Encounter noch übrig habe. Und gucken, ob wir da 7 Curveball-Würfe nacheinander machen können. So, das ist schon mal Nummer 1. Ist ja an sich nicht so schwer. Es steht ja nicht da Großartige oder einfach Fabelhafte. Es ist ja, selbst wenn ihr gut trefft oder gar nicht trefft, Hauptsache ein Curveball. Also gut, der Curveball sollte schon treffen, aber theoretisch könnte man jetzt wirklich einfach abwarten, bis der halt angreift und dann werfen. Am Anfang ist das noch nicht so wild. Da geht es ja noch um nichts. Das ist der zweite. Aber ansonsten warten, bis er angreift. Und wenn er angreift, dann direkt draufwerfen. Und dann kann er den nicht abwehren. Und dann ist diese 7 hintereinander eigentlich gar kein Problem, da es ja eben keine anderen Anforderungen gibt. So, komischerweise sind hier nur Skalyg drin. Was auch total ruhig einfach da sitzt und sein Zeug macht. Das war Pupsi. Das dritte Skalyg hintereinander. Ist das nicht cool? Vielleicht hätte ich die dann mal bewerten sollen. Vielleicht ist da sogar noch ein Hunderter dabei. Vier brauchen wir jetzt noch. Wir gehen also wieder drauf. Wir sammeln das nächste. Der ist gehüpft. Ach du Scheiße, jetzt ist die Serie abgerissen. Alles klar. Dann müssen wir es jetzt doch auf Nummer sicher machen. Eins. Oh mein Gott, hätte ich nicht so eine große Fresse gehabt. Stell mich mal anders hin hier. Captain Morgan ist incoming. So, eins. Aber egal. So haben wir mehr Skalyg zu fangen. Gar nicht groß rummachen. Einfach Curven drauf. Zwei. Zack. Mit Buddy geworfen. So muss das aussehen. Kann man ja nicht beeinflussen. Critical Catch auch noch. Also da kam jetzt alles zusammen. Curve für die Aufgabe. Mit Buddy, Kopfball und Critical Catch. Alles in einem. So, da hat er angegriffen. Das heißt, wir können curven. Habt ihr das gesehen? Das ist perfekt. So müsst ihr das machen. Sah zwar jetzt nicht so sauber aus. War auch nicht in den Kreis geworfen. Aber Hauptsache der Curve hat gepasst. Das ist also Nummer 3. Weiterhin Skalyg. Im Endeffekt ist noch ein Shiny dabei oder was? Noch ein Skalyg. Wir warten wieder, bis er angreift. Er hüpft. Er hüpft. Er hüpft. Er hüpft. Er hüpft. So, er greift an. Wir curven also. Kein Problem. Das ist Nummer 4. Drei Stück noch. Eigentlich wäre ich jetzt schon fertig. Habt ihr ja gesehen. Pupsi, hast du gesehen, dass überall Ratten rumsitzen? Ja. Weil jetzt die Radfratz-Spotlight-Stunde ist. Meiner Meinung nach eigentlich kann man da drauf verzichten. Weiß nicht. Radfratz. Wer das Shiny noch braucht vielleicht. Wir haben auch einige gefragt, ob das dann Alola-Shiny ist, was da kommt. Aber Alola-Radfratz ist es nicht. Es ist halt das ganz Normale. Einfach. Also für Shiny-Suche vielleicht cool. Ansonsten wäre ein Hunderter braucht für die Sammlung. Aber Radfratz ist jetzt halt nicht so der Bringer. Da ist es morgen natürlich schon anders. Wenn Zobiris kommt, zum Sternstaub farmen, wäre Zobiris natürlich eine feine Sache. 750 pro Pokémon. Nimmt man gerne mit. Nimmt man gerne mit. Sonntag dann Pikachu. Finde ich dann auch eigentlich wieder langweilig. Aber Montag-Tarnel für alle wäre das Beste. Aber ist ja dann wieder in der Woche. Zu einer blöden Zeit. Also werden wohl auch die wenigsten dann das zocken können. Das war jetzt der Fünfte. Jetzt brauchen wir noch zwei. 540. Ich habe wirklich nicht aufgepasst. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Skalük-Wert ist. 540. Ich glaube, ist das vielleicht sogar der Höchste. Wir vergleichen mal mit dem Achneisen-Scherlast. Gut. Nehmen wir halt das Schelast mit. Jetzt haben wir wieder andere Werte. Noch zwei Stück. Hat auch eine rote Mütze. Habe ich auch nicht verstanden, dass der Lennart irgendwie in die Kommentare geschrieben hat, dass das mit der roten Mütze von Weihnachten oder Halloween ist. Das Plinfa. Was wie Halloween, wie Weihnachten. Das war doch jetzt Event. Das war jetzt neu. Das gab es jetzt so da drin. Ich weiß nicht, was er jetzt damit gemeint hat, aber es ging auf jeden Fall um die Starter von der Sino-Region. Mal gucken, ob noch eine Antwort kommt. Ich habe Ihnen dazu mal eine Antwort geschrieben. Vielleicht schreibt er ja noch was drunter. So, Fleckmann. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten immer noch. Du brauchst bei dem Spiel wirklich einfach Geduld. So, er greift an. Das heißt, wir können auch werfen, dass der einfach sicher drin ist. Das war jetzt auch der siebte Ball. Äh, der siebte Curve. Ball. Ja. Wir können die Skalyg mal ganz kurz bewerten, beziehungsweise das höchste von den Skalyg können wir uns mal angucken. Weil ich mir da echt jetzt unsicher bin, was die WP betrifft. 540. Ja, 540 ist das höchste. 511 ist auch dabei. Und es ist... Hm. Und 93er oder so müsste das sein, glaube ich. Egal. Kein Shiny dabei. Kein 100er dabei. Jetzt können wir hier diese restlichen Aufgaben noch abholen. Na, 9 von 10. 10 von 10. Wir machen sogar 11 von 10 noch voll. Können hier rüber. Können hier die Kapitelbelohnungen abholen. Dann gibt es wieder Staub. Sternenstück. EP. Hier gibt es eine Brutmaschine. Hier gibt es nochmal Rauch. Hier gibt es keine Pokémon-Belohnung bisher. Schade. Darauf habe ich mich immer am meisten gefreut. Was der Doktor liest, das könnt ihr euch ja selber durchlesen. Und das müsste jetzt auch die letzte Seite sein. 3 von 3. Es ist also nicht so lange. Verdiene 7 Herzen mit deinem Kumpel. Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon und gewinne 3 Raids. Ich werde natürlich auf die Raid-Stunde heute Abend warten mit den Raids. Da werden die Raids automatisch fertig. Und melde mich dann halt wahrscheinlich morgen zurück, wenn ich den Rest mache. Tagsüber, wenn wieder Licht ist, wo ich die restlichen Pokémon fange. Wo ich auch meine 3 Pässe dann sozusagen wieder kriege. Beziehungsweise wenn ihr erst die Pokémon fangt, habt ihr ja 3 Pässe. Könnt damit dann die 3 Raids machen. Es müssen ja auch keine Legendären sein. Aber ich mache natürlich legendäre Raids dabei. Und 7 Herzen mit dem Kumpel. Packst du einen rein, fütterst du, streichelst du, machst ein Bild. Hast du ja schon ein paar zusammen. Wechselst du durch, wechselst du nochmal durch. Es muss ja nicht der gleiche sein. Es können verschiedene sein. Ich habe es schon nicht. Ich habe es schon voll. Wie? Dann hat mein Kumpel dann einfach gewechselt. Pff. Also wie ich es gesagt habe. Gut. Jo, das heißt, ich melde mich dann später zurück. Ich mache erst mal die Raid-Stunde heute Abend. mit Arctos, Zapdos, Labados und ihr werdet das dann sehen, wenn abends Heatran kommt. So, wir sind zurück. Guckt euch das mal an. Es ist der nächste Tag. Also nach der Raid-Stunde. Gestern war wir hier. Gestern haben wir hier angefangen. Heute sind wir da. Und irgendwie, ja. Es sieht alles anders aus. Es ist ein bisschen weiß geworden, sage ich mal. Es ist jetzt mitten hier um, wie spät ist es denn? Es ist 7.50 Uhr. Die Pläne haben sich schon wieder alle geändert. Eigentlich erst so, dann so, dann so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich gestern also gewartet, bis die Raid-Stunde um ist, damit ich diese drei Raids gemacht habe. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt sind die Aufgaben eigentlich auch schon fertig. Man muss da sieben Herzen noch verdienen. Mit dem Buddy. Das muss ich euch aber jetzt nicht zeigen. Ich meine, ihr nehmt da einfach einen rein. Ihr füttert den. Ihr spielt mit dem. Ihr könnt mit dem kämpfen kurz. Dann wechselt ihr halt auf den nächsten. Macht das Ganze nochmal irgendwie. Dann ist das schnell erreicht. Wir wollen jetzt noch die Aufgaben abholen. Die Belohnungen. Wir haben hier nochmal Staub. Wir kriegen unsere drei Raid-Pässe zurück. Wir haben nochmal 4.000 Erfahrungspunkte. Und hier gibt es auch nochmal 10.000 Staub. 50 Hoppa-Bonbons und ein Hoppa-T-Shirt. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir das alles erhalten. Gleichzeitig natürlich wieder hier. Kurze Hose am Start und die weißen Gummischuhe. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hä? Also auch bei Schnee, auch bei Winter. Das ist Lifestyle. Wir wollen uns jetzt erstmal dieses komische Hoppa-Shirt anziehen. Habe ich gehört. Obwohl ich diesen komischen Etchiren-Pullover eigentlich auch richtig cool finde. Machen wir jetzt hier dieses T-Shirt drin. Oberteile. Hoppa. So, zack. Hoppa-T-Shirt. Angezogen. Wahrscheinlich gibt es auch noch Schuhe dazu. Oder irgendwas. Und Hose. Nee. Nee, gibt es nicht. Es gibt nur das T-Shirt. Das lassen wir jetzt an. Und jetzt gehen wir mal kurz in den Beutel. Suchen uns mal unser Hoppa raus. Weil wir noch ein was machen wollen. Und zwar wollen wir die Form noch wandeln. Ich habe die ganze Zeit gesagt, mein Hoppa ist so schlecht. Jetzt habe ich gesehen, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben nämlich eigentlich ein, eins mit 15 Angriff, was schon mal sehr cool ist. Dann 14 und dann 12. Fünfter, neuner wurde das gefangen. War Seite 2 der Forschung. Jetzt ändern wir die Form für 10.000 Staub. Für 50 Bonbons. Und ihr seht, ich habe 338 Hoppa-Bonbons. Wenn ihr Bock habt, könnten wir mal eine Folge machen, wo wir alle mysteriösen Pokémon, ja, Mew, Celebi, Jirachi, sowas, äh, pushen. Ich habe bei jedem genügend Bonbons hinterlegt für Level 40 erstmal. Das wäre bestimmt auch ganz chillig. Erstmal Form ändern. Entfesseltes Hoppa. Wir ändern die Form. Der hat sich gar nicht gedreht, ne. Ich dachte, er macht noch diesen hier. Ist jetzt geändert und ist jetzt bei 16,99. Hat also zugenommen. Gerade was die WP betrifft. Ist aber immer noch natürlich Level 15. Das sieht noch nicht so krass aus. Wenn ihr wissen wollt, wie krass der wird, ne. Dann machen wir mal eine Max Out Monday Folge. Mit dem entfesselten Hoppa. Mit allen anderen mysteriösen. Pushen die zumindest auf 40. Ansonsten war es das eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Guckt euch doch mal den schönen. Sieht das nicht herrlich aus, ne. Peace out, Vorhaut. Peace out, Vorhaut.